So, und hier eine einfache Übung zum Mitturnen. Ich mache den Single Lunge Step, sieht so aus, Hände in den Nacken, großer Ausfallschritt nach vorne, Schienbein sollte senkrecht sein, drücke mich dann wieder ab, wechsle auf die andere Seite. Sport ist für mich eine Lebensphilosophie und wenn man das regelmäßig macht, ist man natürlich auch wesentlich gesünder, leistungsfähiger und hat einfach mehr Spaß am Leben. In meinen Workshops geht es um das Thema Functional Training. Das ist also letztendlich ein Training mit dem eigenen Körpergewicht. Man braucht keine Handeln, keine Geräte. Egal, ob das Ziel vielleicht die Gewichtsreduktion ist oder die Teilnahme an einem Marathon oder ähnliches, glaube ich, dass wir Menschen auf jeden Fall Ziele brauchen. Und Sport ist ein sehr schönes Weg, diese Ziele umzusetzen. Mit nach Hause nehme ich, dass ich mich an den Übungen hier zu Hause auch nochmal betätigen werde. Für den Sportverein, für den Fußball, klasse Erwärmung. Mit dieser Übung werden Sie vielleicht nicht Weltmeister starten, aber auf jeden Fall gestärkt in den Tag.